Wir wollten ja nochmal in Paradigm reingucken. Ein sehr weirter Titel, den ich jetzt hiermit auch direkt starte. Wie gesagt, euch empfehle ich Standing Parable durch die Bank weg, ein tolles Spiel. Jetzt wollen wir aber kurz nochmal in dieses Spiel reingucken und schauen, was daran jetzt so besonders ist. Ein halbes Stündchen oder so machen wir nochmal. Ich mache mir aber kurz mal den Dings nach oben mit dem Schreibtisch. Ach, besser. Ich habe immer Angst, dass ich hier die Kabel irgendwie abreiße. Okay, dann fangen wir doch mal an. Oh, Moment, vielleicht kann man ja auch Deutsch einstellen. Mystery Setting, das finde ich direkt interessant. Aber nein, so viel Zeit haben wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, was es bedeutet. Okay Leute, es geht los. Moment, ich muss kurz nochmal bei Twitch das Spiel ändern. Paradigm ist übrigens, wenn ihr es haben wollt, heute, und das ist eine sehr wichtige Info, kostenlos bei Epic zu bekommen. Also wenn ihr euch das Spiel jetzt gefallen sollte, ihr könnt es umsonst haben. Das ist ja durchaus reizvoll. Ich habe keine Ahnung, was ein Adventure-Gamer ist. Für ein Experienz-Adventure-Gamer. Oh Gott, wie habe ich das gemacht? Ich wollte nur Solitaire spielen. Ja, also ich weiß natürlich, was ein Adventure-Spiel ist, ne? Ich nehme mal das. Ah, okay, Moment. Ne, 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 Hint-System will ich haben. You've played games before, but haven't really delved much into Adventure-Games. Na, okay, ich muss wohl das nehmen. You've played a few point-and-click-Adventures in your time. Three-headed monkeys and pony death are something you hold dear. Beside, who needs stupid words helping you do stuff, Hint-System are for plebs. Allein wegen dem Text muss ich das natürlich nehmen. Okay, experience-Adventure-Gamer-Difficulty does not include two more scents, Hotspot-Reveal, two more cutie-chats, vague Hint-System, a sense of accomplishment, there is only pain and suffering. Fun! Well, not really. The game is the same, except those first two features. Und man kann sie sogar noch aktivieren. Okay, damit bin ich schon einverstanden. So, jetzt werden wir hier kurz mal reingucken. Ich weiß wirklich nichts von dem Spiel, außer dass mich die Optik direkt fasziniert hat. Das ist genau die Art von Spiel, auf die ich eigentlich Bock habe, optisch. Bin ich mal gespannt, was kommt. Oh, Paradigmen wird Paradigm ausgesprochen. Hätte ich das nicht gedacht. Weil es heißt ja Paradigm im Wechsel. Okay, ich liebe euch jetzt schon. Ja. Danke, eure Mutter für dein Abo. We gather your broken dreams. We combine it with our cutting-edge genetic sequencing technology. And finally, our secret sauce. And then, your prodigy child is born. Don't leave your child's success to chance. They can be a prodigy child in anything, such as scientist, bodybuilder, wizard, and cat. You know what to do. Do you really want to risk the embarrassment? Buy a prodigy child today. You won't regret it. First hundred callers get nothing at all. We have to put on some peezies. Das ist herrlich. Alter, I am so bored. I should probably make progress on my EP and make some beats on the computer. And not procrastinate, which would inevitably lead me to reevaluating my life decisions and weeping silently. That's great. I've completely forgotten how to exist. Paradigm, have you forgotten how to function as a mutant human being again? Would you like a tutorial? Ja, komm, du mal ja. Yes, I feel like this is something I shouldn't forget. Thank God you exist. I could never afford a real doctor. Would you like a regular tutorial or a live-action doc tutorial? Will ich ein regular oder ein live-action doc tutorial? Da brauchst du doch gar nicht fragen, John3000. Definitely doc tutorial. Okay. Okay. Ey, das geht wirklich... Geht direkt weiter mit Stanley Parable Humor. Ja, dann nehme ich halt normales. Oh, äh... Hallo, hallo, redender, sprechender Tumor. Right, uh, now let's do... Interact. Okay, ist klar. Uh, now let's do... Underwert... Interact. Das, uh, n-n-n-n-n-n-n-n-c-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d-o-d. Das war's für mich, wenn ich mich selbst. Ich habe mich noch nicht mehr gemacht. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Es scheint nicht zu funktionieren. Es ist wie die Fashion Combo mit Socks, Sandals und Fannypacks. Wenn du ein 40-jähriger Mann, die Schmerzen nur auf Bons. Ich sollte mit John sprechen. Er will wahrscheinlich wissen, wie es zu fixen. Es sieht nicht aus, wie er jetzt aufgerufen wird. Ich muss ihn aufgerufen. Ich brauche einen Adapter. Nein! Das habe ich doch nicht! Wie soll ich das denn machen, Adapter? Äh, okay, irgendwo... Hier! Das könnte sinnvoll sein. Ich werde es in meinem Inventor setzen. Wenn nur Leute wie dieser Adapter adaptieren könnten. Robot-Human-Marriage wäre nicht so ein großes Problem. Oh, jeez. Ich habe vergessen, wie meine Pockets wieder benutzen. Danke, lieber Tumor. Ich habe einen Fisch und eine Zigarette. Und jetzt halt auch noch den... Umstecker. Okay. Gut zu wissen. Ähm, so. Spiel gelöst. Oh mein, was hast du mich für? Du weißt, warum... Ja. Ja. Hey, Mann. Das ist... Mehr oder weniger so ähnlich ist es auch... ...in 2001. Warum ist das Computer booting? Ich möchte ein bisschen zu machen. Ich möchte ein bisschen zu machen. Mit ein bisschen von den Filfen in deinem Internet-History. Ich bin nicht froh. Es macht mich überraschend. Ich möchte mich ein Teil dieser Welt sein. Dann denke ich mich über die Schillers, die wir gutten. Und dann... ... ich... ... ich... ... meine... ... ich... Wäre es nicht so schlimm, wenn ich nur noch verabschiede und dich wiederum plockte? Nein, Mann. Ich bin nicht zufrieden. Es ist ein bisschen verabschied. Aber... ... ... ... ... ... ... ... Das ist so ein Australischer, ne? So ein Aussi-Azent. Danke, der Donau. So. Roo Talk. Warum ist es nicht so funktioniert? Mein... ... ... Das Programmsystem ist kaputt. Niemals verbringliche Hacker-Blochen-Mass, mit dem deinem System zerfallen. Wir werden eine Warnung nehmen und mit dem Rückmuster installiert. ... ... das Rückmuster-Floppy-Disk. Wo kann ich ein Rückmuster-Floppy-Disk finden? Alright, I'll search with my little Google here and check it out. That's weird. It only tells me where to find sexy singles in my area. And one little weird secret to get ripped. I always wondered what I'd look like with a six pack. Just tell me where to get it. Alright mate, I'll tell ya. I personally need your help. I've got at least ten chat rooms and two internet dating sites to frequent tonight. And I need you to get me in the zone. How am I supposed to do that? I'm a little bit hurt you don't remember anymore. Ever since I had to roll back to version 2.1, you can't even look in my eyes, Joran. We've already discussed this. You don't even have eyes. Seriously, what do you want? Use your imagination, mate. I need to maximize my sex appeal potential. One ton of copper warring doesn't exactly swoon potential partners. Except for sweaty salvaged men. And I'll tell you what, mate. I don't want any news from sweaty salvaged men tonight unless they look like sexy sweaty ladies. There's something out there. Gross. Ugh. Such an irritating minor inconvenience. I just want to finish my new EP. By the way, if you don't fix the computer soon, the powerpoint will melt down and everyone will be dead. I'll become seriously mad. Living their life in constant agony. Cheers, mate. There must be something in this room I can give him. Okay. Das ist schon sehr, sehr eigen. Aber ich mag's total. Jetzt suchen wir halt irgendwas. Serial? Are you serial? Ähm, ja. Ugh. Gurgh. I'll do the dishes later. Na gut, ich dachte vielleicht kann man das eben geben. I probably should wash that. But I just don't have the heart to kill the little civilization of bacteria. They're so cute. I think they just hit the bronzage. Da ist auch was. Du Porgonizer. I prefer to leave my super-secret personal diary full of personal secrets out in the security of open spaces. It's, uh, the Porgonizer. Sort of like a personal digital diary. Compulsory to all citizens of Krush. The Porgonizer, if you tell anyone who my high school crush was, I'll forget to take you out to my pocket next laundry run. Ah, okay, it's Hamid. Goddamn, I love sleeping so much. A sleepwear person, I would orchestrate an elaborate public proposal in front of millions of people only for sleep to reject me on the spot. The online video would have millions of views. Thus, I make bank on ad money, profiting on my pure sadness and rejection. Anyway, there was an analogy about waking up, I think. Thank you for dying for our musical scenes, DJ Jesus. Danke, Arkane Macht, für dein zweimonats Abo. Macht ja nix. Get rich or die of natural causes. Babe, I love you, but I'm a T-Rex. Sorry, aber gibt es diese Songs? Ich will die jetzt hören. Sean Central Steen, a guide to companionship for the futuristic lover. If only I was still a planet by Pluto. If you were a square, I'd love all four sides. Also, ich bin von den Aufklebern, ich bin allein von den Covern und den Aufklebern schon beeindruckt. Also, wirklich nicht schlecht. Kann ich denn damit irgendwas machen? Nee, ne? Ist doch auch ein Computer, ne? Das ist, wo ich meine süße Discotheker-Bits mache. Ich habe es auch benutzt, um die Kinder auf Internet zu schauen und langsam verbraucht meine Leben. Wir alle. Hm, es scheint nicht zu funktionieren. Just wie die Fashion-Kombose mit Socken, Sandals und Fannypacks. Achso, das hatten wir ja schon. Okay, dann gehen wir mal hier in dieses rote Leuchten. Kann man da nicht hingehen? Ich hatte einen Hobo zu kraschen, Mann. Ich habe ihn nicht auf jeden Fall geschaut. Ich habe bald herausgefunden, dass er Dinge auf den Wallen liebt. Ich gehe nicht mehr da hin. Aber vielleicht kommt er ja raus. Hallo, Entrance. Du möchtest mich, durch dich zu gehen, nicht wahr? Du machst mich verrückt. Ich kann es noch nicht mehr leben. Ich habe noch keine Arbeit in meinem EP gemacht. Außerdem, ich liebe Leute. Das sind meine sexy Knie für sexy Beine. So kann ich sexy sein, wenn ich mich selbst zu schlauze. Ich habe es geschafft, um die Knie zu schlauze, die von Moskowitsch zu schlauze. Er hat eine Memorierung von 6 Kilobiten, um 2 Tonnen zu schlauze. Und seine einzige Ziel ist, um Solitaire zu spielen. Geil. Kann man ja echt... Okay, okay. Ich kann mir den... Hey, Brossofino. Real Talk. Mind using your vague intuition to help us out? Sorry, friend. You need to activate my 30 minutes and average intuition via the office video. Okay. Das will ich aber erstmal nicht. Do you sometimes wish you had your own body? Really, I just wish I didn't show you vision and hearing. You take way too many very special breaks by night. It's a part of my creative process. Never doubt my creative process. Any new theories about where we came from? So, we know that you're not a fuck that fell into a radioactivity. That I became a tedious, idiot, basically thinking, fuck. Fingers crossed, you will so ourselves settle into reluctant world-eating race. Then we don't have to worry about the rest anymore. But yeah. From the neck, your grass is as good as mine. Why did it take so long for you to talk to me? I really wish you were more of a wise cracking sidekick. Comic relief from my crippling self-esteem issues. I'm more of a medicinal bullet attack. But instead of having a lot really analogous proof of flesh, feel free to rub my fresh growth for a good neck. When did you realize you were conscious? I don't really remember. I just remember I had some sort of guide for you. Especially when you were young. All you wanted to know is drink bleach. Stupid baby. When I'm cleaner is where all the nutrition and fun of us are. See you, Tumor, with slightly better than average intuition about everything. Goodbye. I don't have a map yet. Okay. So far walking for hours, hoping to get to my destination, has worked up to this point. The record is missing from its sleep. Damn it, you hustling dog. How can I say, man, that you, you're so cute and lovey. This could get John in the mood. Oh, okay. This could get John in the mood. The record is missing from its sleep. Damn it, you hustling dog. How can I say, man, that you... The record is missing from... Damn it, you hustling dog. How can I say, man, that you... Okay, irgendwas ist mit dem Hund, der verkauft ständig unsere Schallplatten. Anders kann ich mir den Dialog nicht erklären. Ne, Inventar ist klar, Inventar ist hier. Aber was ich meine war, so ein Hotspot-Anzeiger, der einem sagt, welche Buttons man hier aktivieren kann, was quasi aktivierbar ist. Nicht, dass ich das unbedingt alles nur abklappern will. Ne, kann man da auch nirgendwo hinmachen. Aber sowas hilft natürlich schon enorm. Weil ja alles so auch so gleich aussieht. Ist ja schwer irgendwie zu raffen, was kann man hier wirklich, was ein Item... Und wo kann man lang gehen? Jetzt mal, man würde doch meinen, man kann da irgendwo lang, aber nein. Hey Computer. Ich habe nie einen Tapebrill so groß wie deiner. Hm. Ich fühle mich nicht, als ich jetzt solitär spielen. Okay, man kann es in den Optionen aktivieren, aber noch bin ich nicht so weit. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Alleine. Er mag wirklich schlafen, sehr, sehr gerne. Ich hatte ein Schmerz, dass ich in einem teuerlich geschriebenen Spiel war. Aber der Designer war schlussendlich gut. Weird. Weird. What do I need to get you again? Something to get me in the mood to chat to bitties online. Also, musica oder was brauchst du? I really like what you did to your face. What's different? Well, originally, it was a picture of a big feathery object with a smiley face on it. I'll have you to thank for that. Danke an Zvergorius, auch für dein Abo. Do you ever miss the days when you were just a matchmaking robot? Oh, a little mate. Although the show was pretty terrible. Post-Apocalypse-Dicastral wasn't very pretty. I have to go return some videotapes. Do you mind picking us up a pack of Smokos and a slap of beer? Cheers, mate. Ich will auch so einen Rechner haben, der so mit mir redet. Okay, ich probiere mal die Musik aus. Ich meine, ich sehe nirgendwo eine... Ach, da ist ja wirklich eine... Okay. Ich habe den Schlitz nicht gesehen. Das ist für ein eingeladen. aber es ist überhaupt nicht nicht was ich für. Du bist bunt, ich bin gerade ein Ich bin vorgelebt. Ich sehe dich zu dir. In any vl. Du kannst auf eine Vorbildungsgeräte aus dem Fiel einen atorium Clearly, you don't understand the gravity of the situation. Yeah, I understand. We need the Floppy to swap bodies and have wacky adventures experiencing life from each other's perspective. Yeah, nah. I figured you wouldn't understand. So I'll prepare this papier-mache earth for your benefit earlier. Wow, you've really improved on your papier-mache craft skills. Great work, John. Cheers, mate. I really appreciate your support of my hobby over the years. Anyway, you see, Cobzer, all the world's radioactive waste is stored under Krush. There is enough radioactive waste under this station for quite annihilation. As you probably know, Krush is world number one in the broadband economy. Now, pay attention to that red dot. That's us. Cowabungu! That's the basic gist of the scissor, if you don't get that Floppy. Except for boys, you can fall out in mutations. People died in agony. By... Yadda, yadda, yadda. I'm not so proud of screaming. Oh, so my humans have like, uh, two years to extension if this goes down. Oh, right. I should probably stop that. Piper-mache seems to always reject you, Peridon. You should start selling these online. They're really great. Yeah, nah, 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 nah. One day? But yeah, Percy Dargerts thought was on the cryptidus, who... Spacekidus was. I come with this computer not clear, yeah, now, yeah, now, yeah, now, yeah, now, yeah, now. It's like the... How can a voice have such a personality? John 3000, ey. Just insane. Warnsign. Imminent complete knockdown is imminent. Ja, warum kann man ihn doch zu mir dirty, S&T-I-I? Du willst mir, Sir? Ja, ich will, ich will, du mir, Paradigm. Ja, wir brauchen, wir brauchen, Paradigm. Are you all right, sir? I'm just going to... I'm just going to let my face out. Sometimes I hate you, Father. Your insatiable urge for candy turned me into this monstrosity. But don't worry. Your legacy will live on. Wow. Okay, das war auch schon krass. Oh, hier, der Tentacle. Das ist ja lustig. Alter, da muss ich erst mal verarbeiten, dieses Faultier gerade. Aber das fand ich sehr lustig. Leute im Chat sagen, das kostet... Also 15 Euro, wenn ich es irgendwo anders kaufe, 0 Euro bei Epic. Aber man hat so 5 bis 6 Stunden Gameplay. Also das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, weil es einfach echt... Äh, jetzt schon wirklich sehr unterhaltsam ist in allem, was man so sieht. Und ich glaube, die Rätsel sind auch irgendwie sicherlich nicht schlechter. Insofern hat man hier, ja, eine gute Zeit. Äh, und das Spiel ist auch ein bisschen älter und ist ein bisschen untergegangen. Deswegen guckt euch das echt mal an. Radioaktive Sludge. Ein GIF, der immer aufgeben kann. Verhörbarer lebendige Krankheiten. Äh, auch eine Antwort kurz an Blackhawks Star. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich habe dein VODs von Visage geschaut und vermisse schmerzlich den nächsten Teil. Wird dann noch etwas mehr dazu kommen. Ich hatte eigentlich aufgehört, Visage zu spielen, weil ich irgendwie nicht weiterkam. Und immer in diesem Haus, immer dieselben Räume. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, ich könnte es noch 3 Stunden spielen und finde nicht den nächsten Schritt. Vielleicht werde ich es mal hier ein bisschen vorspielen. Und wenn ich weiß, was ich machen muss, werde ich es eventuell nochmal weiterspielen. Weil ich fand es schön. Aber ich habe, wie gesagt, irgendwann die Lust verloren, weiter in diesem Haus rumzurennen, ohne dass ich wusste, was eigentlich passiert. Hey, Brossofinos. Was ist so, Brolicious? Wie stehst du in der Leben? Photosynthesis, Bro. Willst du mich, ein paar schmerzen? Okay. Ganz schlecht. Hört doch nicht auf. Hört doch nicht auf. Okay. Das ist so, Bro. Okay. Ich mag diese randomness. Do you know much about the Spezpitet? All I know is that he is the local drug addict. Goldolf Wegny, 47 years old, uncountably apparent fetish for boxes. I guess that's him. I don't know much about him really, except he keeps asking for drugs in exchange for his boxes. Also, also blowjobs. Lots of blowjobs. Ah, yes. Excuse me while I drown myself in a pool of bleach. I need to know where I can find him. Well, if you find me a map or something, I'll hook you up with the deeds. How does it feel to be a vegetable for the rest of your life? I'm actually disgusted you'd make that joke. But if you're serious, it feels pretty nutritious. How's the hustle going? I'll rinse you soon. And I've always wanted to try a sentient eggplant. Come on, man. Give us a break. There are literally only five people living here. All of them crazy. Except for you, of course. What do I need to give you again? It is up with some sort of map and I'll hook you up with the deeds to space get it. What do I need to give you again? It is up with some sort of map and... Okay, Karte. Okay, Karte. Okay, Karte. Peace, bro. Ah, das ist unterhaltsam. Also, wir leben in einer postapokalyptischen Zeit. Die Erde wird explodieren, weil wir irgendein Rechner... Irgendwas haben wir falsch gemacht. Und dann ist hier auch noch für 5 Dollar... Die Auberginen oder was das ist, die uns entwrappt. The Hobo from the Red Room also likes to smear things outside. You'd think it would help here. But this spot here has never been the same. Okay. Das ist meine Mailbox. Almost always filled with Online-Shopping-Regret. Ja, das stimmt wohl, Manga-Woman. Der Entwickler hat das sicherlich alles selbst vertont. Das glaube ich. Das ist häufiger der Fall und ich liebe es, wenn Entwickler das machen. Wir alle erinnern uns ja an Kane aus Command Conquer, der ja auch einer der Entwickler war tatsächlich. Und einfach eine ikonische Videospielfigur geworden ist. Dann fällt mir noch ein There is no Game, was auch so ein Ein-Mann-Projekt ist, wo auch der Entwickler auftritt in vielerlei Hinsicht, auch durch Sprache. Und ich muss echt sagen, ich mag das sehr. Also je mehr ich davon höre, desto mehr mag ich das. Weil das gerade auch dieses, das ist jetzt glaube ich polnisch, also mit polnischem Akzent, englisch mit polnischem Akzent. Irgendwie finde ich, das klingt total geil. Ich höre das irgendwie voll gerne an. Without this Duct tape, the whole building would more than likely explode. I'll leave it there, just in case. Okay, ich nehme an nichts davon, kann ich irgendwie benutzen, weil sonst alles explodiert. Während das ist ein Puzzle-Game, würde ich lieber sober bleiben. Hey, schau, sie haben eine neue Mail. Ich, äh, was? Eine andere Mailbox? Ich glaube, ich werde es in meinem Inventory. Es wundert mich irgendwie alles nicht mehr. Hey, there is something else in the second Mailbox. Oh, a third Mailbox? Ach nö. I've heard enough of your games, Babushka Mailbox. Babushka. Babushka Mailbox. If there is another Mailbox in here, I'm going to uninstall the game. Hey, there is a postcard in here. With a bottle of vodka. Vyshevskys Vodka. The only vodka to guarantee 60% of your daily nutritional needs and a 50% chance of unemployment. Plus, the postcard map says to press the letter M or use the slide-up manual to use the map. Weird. Moment. Das ist die Karte, ne? Geben wir natürlich direkt an die Aubergine. I have this, äh, cruise postcard. Will this work? Yes, I think that will work. You can find him in the bottom right in, äh, cruise forest. Also, one last thing. Don't be surprised if he's not wearing pants. Okay, danke for den Tipp. Ja, da gehen wir doch mal hin. Äh, wobei, kann ich hier noch irgendwas anderes? Ne, ne, das kann man kurz mal angucken. Goddamit, Lukas. Stop spraying your intellectual property on my property. Das ist gut. Das ist sehr smart. Verdammt. Hört doch mal auf jetzt, Lukasfilm Games. Euch sogar in mein Spiel rein zu hacken. Oh ja, der sieht fit aus. Also, der Zeichenstil ist, ist, mwah, Sahne. Ist wirklich mal was ganz anderes. Sieht auch irgendwie weird aus. Hat auch für mich genau die richtige Craziness. Ähm. Ah, okay. Das könnte ein Indikator sein, dass dieser Wald zumindest nicht echt ist. Vielleicht ist aber auch einfach nur Quatsch. Alles hier ist so komisch. Warum hat er diese Stiefel da an? Normalerweise wäre diese Ausfettkombination sehr atrocious. Aber die Moonschuhe sind wirklich zusammengebracht. Aber das ist doch sogar aus. Sehr gut. Hallo? I'm pretty good, thanks. Und you? Wow. That is nice to know. Tell the wife you're welcome at mine anytime. What a wonderful komatose man. I need to divert his attention somehow. Ich schau mal mit dem Fernseher kaputt. Oder machen die ihn an. If I post this online, I could probably get internet points for it. Sorry, Rat Family. Your conveniently timed jokes we had to wait. Hopefully this gets his attention. Hey! That infomercial was just about to tell me how to grow an extra arm. Guaranteed! You truly are a monster. Ah, okay. Da war übrigens wieder ein Tentakel. What kind of facial product are you using? Your skin looks great. Kurkulowitsch facial wipes. Thanks for asking. Would you happen to have the recovery disc for Derp OS 3.1? Would you happen to have space dust? No. Then I have no idea what you're talking about. If I get this space dust, will you give it to me? I'd also suck. The recovery disc will do fine. I'm flattered regardless. Can you at least prove you have it? Is this it? Well, that's classic. It's still relevant after 50 years. No, it is not. What about this one? Oh, Jesus. That is creepy. I'm not sure I want to ask how you got that. Maybe this one? Yes. Give it to me. Not until I get some of that sweet, sweet. I can't believe it's not sugar. Don't you mean space dust? Yeah, whatever. Same thing. Okay. What is space dust? It's space exploration. In powder form. Do you ever get to see any aliens? Yeah, but they are total dicks that don't pay taxis. Except for floor gun. He's alright. Why do you take space dust? To escape the monotonous routine of everyday life. The pain I feel from past unrequited love. The harsh reality of human emotion and life. Wow. That's quite profound. Maybe I've misjudged you. Thank you, talking peach. You're not so bad either. For a delicious fruit. Make sure to tell banana he still owes me 20 bucks. Oh, jetzt kommen sie. Aber danke auch an M4SI, Masi, Masi001 und Deathly Brathering. Oder heißt es Brathering. Are there any side effects? A blurred vision. You also turn into a metaphorical elephant. And sudden combustion. That's a pretty big one. Hasn't happened so far, obviously. Frankly, I'm not sure how I'm alive most of the time. Where can I find space dust? You can cook it yourself. It's a meticulous process of gathering rock samples from the moon. Be wary of the man on the moon, though. For reasons I don't want to get into right now. And then I forget the rest. Alternatively, you can get it from your local family drug dealer for the lowest prices. Guaranteed. Mainly because he murderes all the competition. A true businessman. Okay, danke auch an Shuki619. Ja, wir klicken uns weiter durch, ne? So, simple. Why don't you go yourself? Let's just say I had too much space dust. And let's just say I thought I was a rocket ship. And I tried to launch myself off the top of his mansion. And of course, rockets don't need claws. Anyway, now I'm not allowed to go there anymore. Okay. Dann muss ich das wohl machen. Is there a specific amount you need? Infinite, please. I don't think that's possible. If you look into your heart, Paradigm, you can do anything. Except maybe win a wire loop skill tester. And find happiness in life. Inevitably regretting your decisions upon your deathbed. Das war jetzt alles so erstaunlich profund und philosophisch und depressiv. Can you show me where the drug dealer is at least? Yeah, alright. Do you have a map on you? Will this postcard do? I think so. Go to this place here. The little house on the mountain in the middle. Aha. Bring me that powdery heaven. I've already got the suppository prepared. Uh. Uh. Then you can go on a spiritual journey with me to uncover the dark secrets of Kroosh. New original conspiracies. Yeah. Want to hear about it? Ja, auf jeden Fall. Oh, uh. Long live the lizard people. Listen here, P. Diddy-Diggum. Paradigm-y guy. Ever wonder why there's only, like, five or six of us living here? Vague memories of childhood? Unexplained scars? Large hemorrhoids that are impossible to get rid of? Obvious listening devices? Now, I won't know for sure till my next drug-induced coma, but I'm pretty sure that... Hmm. We're in an alien zoo? Fingers crossed they have a mating program. Valid. However, my theory was that we were teenage mutant cutie boys who accidentally fell in radioactive ooze, thus giving us amnesia. Enter in the period-relevant catchphrases. Now they are keeping an eye on us so we don't fight crime. Yours works, too. Let's, uh, change the subject. KAUABUNGU! 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 This week's basically dead. Planet Earth's president apparently wanted to grow up to be a talking car. Slow week, huh? Not at all. He just got surgery to replace his arms with wheels. He died. Oh. Right. Apparently, they are now recycling his body into real car tires. It's almost poetic. Your outdoor area is amazing. Where do you get your ideas? Oh, it's nothing. Just a little something I saw on AC Magazine. Phonetically known as RC. What does the AC stand for? Addict Chic. The real innovators of fashion. Yep. They made poor hygiene sexy again. Was it ever? To a fashion pleb like you, probably not. So, eine gute Werbung für Berlin. Making poor hygiene sexy again. Okay, ich muss jetzt gehen. I might need to live now. The stench is too great. See you later. Oh, oh, oh. Oh. Okay, wir machen noch eine Location, dann muss ich irgendwann wieder Schluss machen. Leider nicht, weil es mir nicht gefällt. Aber ich wollte nur kurz mal reingucken und es hat so gut zu dem ganzen Stanley Parable Setting gepasst und war wie gesagt gerade heute kostenlos. Also ich gucke noch ein bisschen rein, aber ich empfehle euch wirklich es euch manuell noch mal zu holen, solange es kostenlos ist. I'm not sure that's how advertising works. Hello, Cornelius. We are sorry to inform you that Eduper Genetics has continued to cease paying for your mortgage. We would also like to emphasize that sending us your body hair in Ziploc bags does not count as payment. It's not black gold as you refer to it as. You have 30 days to leave the premises. Again, please, Ogre, please, no more bags. Please don't let our baby body and face appearance fool you. We have years of experience. Toddler baby man banking. Okay. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, das strange cylindrical object. It seems to be some sort of a rare artifact. Possibly from the copyrightiest infringements era. Legends say that the archaeologists who found the artifacts received the curse of cease and desist. Und der ist ziemlich ernst. Ich hoffe, ich kriege keinen. Aber das ist einer der kleinen Ausrüstungsgegenstände, die ich immer noch nicht hier in meiner Bude mit einem Platz belohnt habe. Mittlerweile ist ja alles fast eingerichtet. Ihr seht, ich habe sogar noch ein paar Sachen dazu gehängt. Aber ich habe immer noch nicht die ganzen Gegenstände. Aber das machen wir alles die nächsten Tage vielleicht noch. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Dann werde ich euch auch noch ein bisschen den restlichen Kram zeigen, den ich einräume. So. Oh, sein Tagebuch. Sein digitales. Ja, ich will aber seinen lesen. Ja, ich will aber seinen lesen vom Cornelis. Occupation, lokalen Drugsaddict. Entrance 420. Ihr wisst, nur weil ich der lokalen Drugsaddict, denken Leute, dass ich verrückt bin. Es ist schon einfach nur noch weird, aber gut. Alle haben diese Maschinen, ne? Warum? Was kann man damit machen? Use. Hey, I used to own this. I actually have the high score, causing me to be both a terrible and a broke electronic musician. Strange pod-like spaceship. It looks like some sort of spherical spaceship. I will have to pay attention. I have to pay attention. I will be with you. shoulder roll. I would be the high speed. I will be the high speed. Entschuldigung, Tōmoni. Sorry. So geil, ein schnippisches japanisches Raumschiff. Hier oben ist die Kamera, die interessiert aber niemanden. Ah, die alte Crashplane in the forest trope. Warte, da ist ein Sticker hier. Es sagt, Nicky-Nacks-Replica-Crashed-Aeroplane. Der Motto sagt, Wenn du viel Geld hast, könntest du es auch gerne spenden. Ich könnte schwören, ich komme nicht hin. Ihr seht es, ne? Das ist doch verrückt. Das denke ich mir doch nicht aus. Ja gut, okay, dann nehme ich halt die Pilze. Ah, ne, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Okay, hier ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung. Mann! Okay, ich nehme an, es soll so sein. Ich weiß es nicht mehr. Oh! Jetzt hat es mir irgendein Key, der nicht mehr funktioniert, noch angezeigt. Den braucht ihr gar nicht ausprobieren, der wird nicht laufen. Der hat ja bei mir auch nicht geklappt. Was war denn das jetzt? Okay, wir versuchen es nochmal. Ah, jetzt geht der Knopf. Ich muss zugeben, ich habe eben wirklich erwartet, das macht das Parable, die Parable Experience, habe ich echt erwartet, dass das so sein soll. Okay. 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 Karte. Und dann gehen wir nochmal in die freigeschaltete dritte Area. Not a Drug Dealer's House. Dude. What a Tune! Also Musik ist hier sehr wichtig. Ah, wir sind da unten. Ich wünsche mir, dass meine Diät nicht komplett Kaffee und Cereal sind. Der läuft jetzt sehr langsam dahin. Warum? Warum... Warum ist hier nicht Fast-Travel implementiert? Hahaha, mach mich gehen! Gott, ich fühle mich, als ob ich in einem alten Spiele bin. Das ist das Schlimme. Das ist der richtige Moment, um euch zu erinnern an Monkey Island, was der Ede und ich durchgespielt haben. Demnächst, oder vielleicht auch jetzt schon. Findet ihr hier auf unserem Let's Play Kanal. Die ganze lange Session. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Länger als auf der Packung angegeben. Ähm, aber wir hatten sehr viel Spaß und wir haben für die letzten Videos nochmal eine richtig besondere Version bekommen. Oh, komm mal, Stabys? Nein, Eskalator? Das ist nicht Rocky. Ich habe die Kaffee für das. Ja, niemand ist Wirt. Ähm, wir haben nämlich die alte Version gespielt mit deutschen Texten, aber gesprochenem Englischen. Also, das Beste, was man haben kann. Äh, das hat sich echt gelohnt. Das hat viel mehr Spaß gemacht noch als vorher. Ähm, obwohl sie eh schon ein tolles Spiel ist. Also, guckt es euch ruhig an. Au! Warum? Oh, da ist auch wieder hier so ein... Ne? Doch! Es ist ein... Boganizer. Sort of like compulsory to all citizens of Krush. Das ist jetzt, äh, real ghost. Nos kam K. Hey, you there! Yes, you! This is for you, my dear friend. Für mich, offensichtlich. I'm stuck in that, inside this dupe organizer. Please help me get up my soul out of here. Otherwise, I'll be stuck in here for all eternity. Just follow this link lo.go.com and put in your credit card details and I'll be free. Please, friend. You're my only hope. After, I will give you my inheritance valued at 330 million VCD straight into your check account. Ah, yes, the future bodyguards. Cheap, recyclable and after you are finished, you can make some sweet blanket forts with it. No girls allowed. It's a rare CCTV bush. It receives nutrients from invasions of privacy. Hahaha. Das sind echt gute Texte. Was kann ich mit dem machen? Redual Actable Security. I've always wanted to crush army Serrated Spoon. Heh. I totally forgot these have a press to talk button. You're just a monster, noosh. I am sharp, Spoon. Hello, extremely dangerous Serrated Army Spoon. Nee, mehr nicht. Hello, extremely dangerous Serrated Army Spoon. Okay. Aber ich habe den Armeelöffel und Wodka. Yes, yes. I too love butts. I cannot pick up butts. This makes me sad. It appears that he is on a similar level of hideousness to me. Assuming that him. Although I have the tighter figure. Squads really do work wonders. Okay. Irgendwie denke ich, dass man diese Bodenplatten hier noch irgendwie benutzen könnte, aber ich glaube nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir reinkommen. Hm. I wonder if this works. Hello, Intercom. I want to speak to your master. I guess I have to press the button. I thought this was the future. I would like a burger with a side of life changing front eye opening drugs. Damn. Now how am I supposed to write my deep and hard hitting prog metal album? Have you considered a new life insurance plan? I recommend insuring yourself against dragons and goblin invasion. In this economy you can never be too protected. I would like to purchase some space dust. Go away. Space dust was never sold here. I mean, what space dust? I mean, get off my premises you filthy pig. My guard will kick you out if you try anything. Your guard is clearly just a cardboard cutout with a speech bubble drawn on it. Bollocks. You won't be saying that after he gives you a super insane paper cut. It's gonna hurt real bad. And when you finally think it's healed, it opens up again. Shit, super annoying. ... ... ... ... ... Wo sie, wo sie bewusst, äh, Steve O. so einen Papercut geben Und ich glaube, das war, wo, ich weiß nicht, ob Steve O. gekotzt hat Gut, er kotzt immer Oder ob's, ähm, ob's, ähm, hier, ne, Dings, ähm, war Mann, ey, Alter, ist es wirklich, äh, hier in Johnny Knoxville Aber das war für die Leute so schlimm, dass jemand gekotzt hat in dieser Folge Ich weiß es nicht Ähm, aber daran kann ich mich erinnern Das war so schlimm, weil wirklich Papercuts sind mit das Schlimmste wahrscheinlich I'm a part of a fat gangster hip-hop group Prove it Yeah, come on, yeah I'm a rap guy, and I rap, and I rap Rap, and rap, rapping guy And, and I, uh That was terrible I don't believe you I am not a cop I can do that too I am not the droid you are looking for Droid actually lives down in Krossevia Isn't this fun? Look at me Do you think I could even run after a criminal? Fat policemen normally do the paperwork Oh, I just meant I was unfit Wait, do you think I'm fit? Danke, Solid Snake und Knobbob If I were a policeman Could I do this? Sorry I was supposed to do something That proved I was not a policeman Well, if the goal was to look like a dickhead You did it Aced it even I hated the Police Academy movies No one hates the police academy movies Except for maybe after number seven Hmm, maybe you are right All right already Jesus This is going nowhere I'll tell you what If you bring me the seven head of a policeman I'll let you buy from me Whoa Isn't that pretty brutal? Psst Not if you're a gangster thug like me Now get the hell out of here Okay, we know Jesus Christ I can't murder anyone Who does he think he is? I can't even tell if a fly passive aggressively Maybe I can order a canned head of Ibeyski Ugh, I don't have time for that I guess I could go look around I'm finally starting to remember Where everything is Flushing all that milk out of my system Letting me think clearly again I could probably check my shop The junkyard And or butt observatory Alter, drei verschiedene Locations Okay, wir gucken kurz nochmal rein Da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein Das finde ich immer schön Wenn man neue Locations kriegt Dann will man auf jeden Fall Einmal nochmal Kurz sich alles angucken Okay, okay Mein Rechner ruft mich an Ah, komm, es hat schon einen geilen Beat, oder? Ja, ich mach ja Danke Pancakes19 Jetzt hab ich Hunger Someone blocked me out last time Weird Heh, yeah Weird Anyway, been tuning this new bird She wants me, hey Check out this soundboard She sent me Superbond's a hot Ha, 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 ha Ha, ha, ha Makes me sweaty just listening to it Can, can you please leave me alone Yeah, right Just to be clear If you ain't getting this floppy soon The station is gonna melt down real soon Everyone will blame you for millions of deaths For centuries to come No biggie Oh, that's not good What? It actually might be too late I had so many biddies to sober with I guess this is goodbye, Paradigm Oh, jeez This isn't so bad I can look at this Oh, god What just happened? Oh, just a little bit of hopper visual simulation I implanted into your brain via soundwaves Just wanted to emphasize this Destroying the world thing Since I would die as well Not too keen on dying I feel an email would've been more appropriate Ha, ha Yeah, well Bye Okay Ja gut Das hier ist alles Das sieht ein bisschen aus wie Von Rick and Morty, ne? Wenn Morty so traurig ist Oder enttäuscht So Okay, wir Gucken uns das kurz nochmal an Cute It is a little Modu launchpad Of the bloody Krushkenov launch tragedy Neat Turns out repairing magnification glasses is expensive Although I must say I'm impressed by this artist's rendition Das ist auch eine sehr schöne Geschichte Why not? I, Paradigm Will kill myself Because I cancelled My favorite TV show Before it's time It's probably what I'd say If I was going to do it Ah, okay Aber da liegt doch auch noch No, noch so ein Dupeorganizer It's a breast augmenter Composary to all citizens of Krush Saleswoman Sometimes I go up there Just to get away from everything You know Up here I can breathe Everything makes sense I can finally imagine myself As my true self Doroka the giant Destroyer of worlds You really slighted me, God When you gave me this human body You could have made me a mythological demigod But no I'm Doroka Computer Saleswoman Cheers I don't have to ask anymore I accept it So, we have two locations Let's see Before we probably In the typical adventure loop That we don't know What we can do Oh Wow It's a incredibly rare It's a European paper airplane bird Out in the wild This is truly a magical moment to behold It looks like it has some sort of message for me If I hold it too long It's mother won't take it back into the nest I bet you not Sorry paper airplane bird I have to open you up Two paradigm Your life is a medium rare danger Someone is after you We are organizing your rescue Hold tight The PAGST rebels PS Can you give me some critics On my vague warning messaging skills At Fightclubbestmovie At AOL.com I'm an unpaid intern At the PAGST rebels Trying to go full time rebel Much appreciated Hello strange cone guy Who I have so far Successfully avoided talking to Hello Don cone based humanoid Isn't that cone crushing your face? The cone and I live as a symbiotic being The sum of our parts Stronger than any individual Just like two co-partners Starring in an 80s action Slash company Slash drama Slash epic tv show Also yes It is horribly painful What's your origin story? My mother was a cone I don't think that's physically possible But go on It was a forbidden relationship Needless to say She was a terrible mother Because of her lack of limbs But I love her all the same I also have a crippling Crippling fear Of letter drivers Yeah Makes sense Thanks I really need your mannequin Can I please have it? What mannequin? That one over there All I see is my wife You saw hands in the cone trademark Damn it The cone trademark This is gonna be harder than I expected What is your weakness? Yeah That's a great idea I'll go around telling people my weaknesses all the time I'll tell you my weakness When cones fly He's a funny guy isn't here on Amnesia? Not as funny or handsome as you though The cone trademarked I love you darling Me too He 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 So you're saying If I want to take your mannequin Um Wife's head I would have to take advantage of your only weakness Flying cones Have you considered having some other weakness? Maybe checkers? I'm pretty good at checkers And it could be a very exciting minigame What? Never mind Who are you again? I am the cone Trademarked Did you really trademark it? Yes Originally I was cone underscore sexy underscore babe 69 But the original died ironically in a traffic accident God bless his console What is your weakness? Yeah That's a great idea Ach so okay That's a great idea Not as funny or I'm Me too So I would have you can maybe check I'm pretty good What? Ne What's in the bum bag? Justice Seriously though It's just a fashion accessory He's on deep and real zips Laters Goodbye my non-cone friend Okay Ich mag ihn auch Oh hier liegt was ne Used syringe Nehme ich natürlich sofort mit Immer in die Tasche stecken Na gut dann nehme ich den Arm If it was a cyborg arm Yes I would pick it up It appears to be a mannequin with a wig on Get away from me you mutant freak Stop away from my wife Ah yes When I thought he couldn't get any wider There we are Aber ich kann ihn wahrscheinlich nicht einfach mitnehmen Hmm I could use this for the police head However I don't want to find out what the cone has in his bum bag if I Try anything Hands off me you terrible terrible man Stop away from my wife When I thought he couldn't get any wider There we are Cone man Okay Ähm Achter hat die Nur der hat einen Namen Okay Looks like he worships them or something Darling Don't talk to strangers He looks like a thug Hey Jimmats Hello cone You are looking awfully cautious today Do not touch my sacred followers I will bring swift vigilante justice upon you In the form of a rusty shiv That will give you tetanus A cone would be useful but I have to get one somewhere else I could probably lure him away with one Okay Gut Kann ich hier genau Muss ich ja eindeutig irgendwas damit machen, oder? Oh yes I'm gonna have the sexiest police costume Okay Ich dachte aber Ich könnte jetzt vielleicht das Ding ausstellen In all honesty If I own the cape I would probably do the same thing Every once in a while It would be great to have at least one van Even if it is an inanimate one However I'll leave it be for now Hm, okay Was haben wir noch? Talk to look at Nee, okay Ich dachte man muss den ausstellen und dann passiert irgendwas Aber ich muss ihn wahrscheinlich mit dem Kran Muss ich ihm diesen Cone abziehen, oder? I would think this would be the solution to get rid of the cone Especially with the crane hanging conveniently over him But it is most definitely not Aber was? Ernsthaft? Das ist ja frech Was für Red Herring Plastik Bag Going through my own trash would only make me more aware of my terrible lifestyle I am no I am an unemployed man Okay Vielleicht kann man da rein Wenn nicht Gehe ich nur erstmal in den nächsten Raum Geht er nicht? Nee, will er nicht Okay Hey Hey That's my washing machine Rest in peace little guy You slayed a many a coffee stain Shhh 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 You're in a better place now Okay, ich finde wir haben jetzt Da alles gesehen Gehen nochmal in die letzte location Oh jeez Someone broke my door and window Igoski Why do I even have you in here? You've been drinking again, haven't you? Ruff Goddammit You're so hideously cute I could never stay mad at you Ruff Looks like whoever broke in left a note at least Courteous Courteous dick Okay, sehr gut Freezer Kurz einmal gucken While I eat nothing but coffee and cereal I occasionally treat myself to Pop Gymno Frozen Pops What deliciously plain Ja, wir hören gleich auf Aber wir gucken nochmal kurz Und sehen den Raum genauer an Schöne Clipart Schöne Clipart Okay Okay I accept it Aufmachen, ne? I'm already using it for insurance fraud Uh I I I mean Uh I have no idea where my cavern disappeared to Uh This is a new one Let's check out what's on the radio Oh ja Oh ja, jetzt haben wir am Ende ein bisschen Musik Woah 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 welcome This is Advertisement Radio Where we play advertisements all day every day From around the world From around the world A world where you spend every last cent of your savings And then your wife leaves you Taking your dog Taking your favorite hat Taking your hemorrhoid donut cushion Eventually leaving you to heat up a can of beans with your butane lighter And then you're left staring at your blank wall because your TV was taken too Ha ha, enough about me Let's get into the advertisements Danke, Rigid Monster Danke, 6 Monate schon Yeah Diese Werbung ist nur für dich Yeah, yeah Do you like doing Taxis? What? I'm 11 years old, mister Well, then you'll love our new game from Megabro The company that brought you such hits as Boosting Thugs Zeldario Zanyman Exo Introducing Tax Evasion The Game The Game Play as multi-dimensional company with fun gameplay such as The Game The Game The Game The Game One time he told me I didn't even need keys because he was already turned on Anyways, that was the end of that A year went by before I could save up enough cash for a new car We're on good terms now though, sometimes I even feel bad enough for the guy that I give him a sympathy wax Oh well So, uh, I'm not going to lie I'm starting to run out of things So, I think that's how I know There we have been all this pure ethanol I'm gonna make you know The paint thinner mix with ethanol Essential for your everyday needs Dann gibt es nichts mehr, um meine Fans zu kaufen. Ich bin... Ich bin nicht sehr gut am Lachen. Hallo, Egorski. Verdammt, du bist so süß. Das ist mein Hund, Egorski. Er ist der schönste Hund in allem. Besonders, weil er nur ein Hund ist. Aber er ist mein Hund. Das ist aber das letzte, was wir uns angucken. Ah, das ist vom Sewer-Dreller. Man, die Kartoons haben es wirklich sehr glamourisch sein, dass sie in den Sewern leben. Ich bin jetzt schon seit drei Monaten, um eine Ratte zu erzählen. Aber sie sind alle Pacifisten und sprechen über Politik. Was zur Hölle, Mann? Was für eine Politik müssen die Ratte sich über. Also, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was das für ein Spiel ist. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich werde das vielleicht auch nochmal weiterspielen, weil es irgendwie gefällt mir. Es ist aber auch schon ein bisschen älter. Also, ich weiß nicht, ob ich es im Stream spiele oder vielleicht einfach für mich selbst. Aber solche Adventures, finde ich, gehen immer. Und die machen mir vor allen Dingen auch richtig viel Freude, sowas dann zu spielen. Wenn das dann gut synchronisiert ist. Wenn die Figuren schön vertont sind. Wenn die Dialoge Humor haben. Generell bin ich, wie ihr gemerkt habt, heute ein großer Fan von humorvollen Monologen, Dialogen, Story Elementen, Texten. Macht es lustig. Wenn ihr was macht, macht es lustig. Ganz normal abonniert am Ende nochmal mit Prime. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend noch. Ich schicke euch, denn ich glaube, Rocket Beans sendet. Dann schicke ich euch nochmal alle zu Rocket Beans. Das machen wir kurz mal mit einem kleinen Kanal-Raid. Rocket Beans. Ne, doch, da. Rocket Beans. Da sitzen sie. Was ist da heute? Was ist das? Ich sehe sie am Tisch sitzen. Ich verstehe nicht, was es ist. Aber es können sein, ach, es ist wahrscheinlich alles mögliche Fights. Ja, das lohnt sich. Dann guckt doch da jetzt nochmal vorbei. Können die paar hundert Leute, die hier noch dabei sind, jetzt nochmal rüberspringen. Und können den Bohnen erzählen, wie toll nicht nur mein Kanal ist, sondern auch ihr Kanal. Aber primär mein Kanal und dann auch noch das Spiel umsonst bei Epic. Da hat doch jeder was. Wenn ihr jetzt reingeht und es den Leuten sagt, dann holen die sich alle das Spiel einmal. Und dann ist dem Entwickler geholfen, denn es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel. Jetzt höre ich aber auf. Schicke euch hin. Viel Spaß noch. Einen schönen Abend. Und vergesst nicht, wir sehen uns morgen, übermorgen und danach bin ich eine Woche weg. Yeah! Alter! Nach zwei Monaten, zwei Jahren endlich mal wieder zum ersten Mal Urlaub. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr akzeptiert es. Habt eh keine Wahl. Und jetzt schicke ich euch rüber zu den Rocket Beans. Bis gleich. Bis gleich. Bis morgen. Okay. Das war es jetzt auch für die W.O.Dealer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die, ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommen könnt. Wenn ihr das jetzt als Video seht, ist vielleicht dieser Steam umsonst Kram schon wieder vorbei. Kostet 15 Euro überall sonst. Ich kann es euch empfehlen, finde ich wirklich. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann auch wieder zum nächsten Video. Ist jetzt erstmal ein bisschen, habt ihr mitgerichtet, eine Woche lang ein bisschen ruhiger. Weil wir eben einfach nichts vorproduziert haben. Weil das ist zu professionell. Das erwarten die Leute nicht von mir. Da weiß doch dann keiner, wie das in Zukunft laufen soll. Wenn man jetzt plötzlich von mir professionelles Entertainment mit vorplanen und so ein Shit. Wer bin ich denn? Äh, bin ich Hennu? Nein! Das, ich mach das einfach so, wie ich machen will. Ich mach erstmal gar nichts. Und zwar Urlaub. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Bis dann. Tschüss. Hab ich die falsche Maus? Tschüss.